Willkommen! Heute habe ich ein ganz spezielles Schnäppchen für Sie. Und zwar von K&W, die Messie-Ambitur 7056 in einer wilden Kombi von Stoffen und einem Lederteil und mit zwei Inkleinern integriert. Erst einmal können Sie hier alle Kopfteile hoch und runter stellen. Das ist ja schon mal gut. Wo nicht so toll. Dann, ich zeige es Ihnen mal hier, können Sie mit diesen zwei Teilen die Sitz-Tiefe verstellen mit einem Hebebeschlag. Ganz einfach unten drücken. Wenn ich jetzt das hoch mache, habe ich schon mal einen tollen Launching-Komfort. Und dann haben Sie noch, wenn Sie Power haben, hier habe ich jetzt keine. Warum habe ich keine Power? Weil der Steckdorfer nicht richtig drin ist. So, und dann haben Sie noch zwei Knöpfe. Ah, es tut sich was. Hier schenke ich was vor. Ein Inkleiner kommt raus. Das Fußteil verlängert sich. Jetzt habe ich natürlich den optimalen Feierabend-Komfort. Das habe ich bei diesen zwei Teilen. Hier gibt es noch einen Liegeplatz. Dort gibt es eine natürlichere Kamere als Liegeplatz. Schöne Retro-Optik im 70-Style. Ja, etwas knutschig gemacht. Sehr wohnlich. Brauche natürlich etwas Platz. So habe ich einen ganz normalen Sitz-Komfort. Sie brauchen Platz. Und zwar links 3,90 Meter. Das ist die Seite. Und rechts 3 Meter. Das Longchair ist nicht sehr lange. Das können wir vernachlässigen. Wenn Sie diesen Platz haben und was Kubisches, Softiges, in einem Retro-Look wollen, mit hoher Bequemlichkeit, zu einem absolut unvernünftigen Schnäppchenpreis, dann ist vielleicht K&W 7056 Ihre Garnitur. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Teile. Das gehört nicht dazu. Zum absoluten Sparpreis. Wollen Sie das haben, dann schnappen Sie zu. Dankeschön. Ach ja, einen Hocker haben wir auch noch passend dazu. Schauen Sie unter den Angeboten. Und tschüss.